Hallo und herzlich willkommen bei der Grafikbombe Tomb Raider Also nicht nur an Grafik, ja auch Äh, wie sagt man das jetzt in aller Feindseligkeit Ach, ich weiß auch nicht So, hier ist so, hier waren wir dann in der letzten Folge Und da ist so ein, uah, olera, man So ein Baumstamm Da, da hat es irgendwas, hat es nicht Na gut So, ab, da hoch Ach, da waren wir ja, genau, genau So, dann mal hoch auf den Turm Ich hoffe, dass da noch so ein Ding ins Gedönse ist Ups Hm Ah So, die nehmen wir auch mit Hm Scheint wohl doch nichts interessantes zu geben Hm, na gut Ab darüber So So Haben wir noch was irgendwie Dunkle Gassen Hier sind oft auch irgendwas Ach man, da waren wir doch Sehr irreführend So viel Sprengstoff Ich weiß gar nicht, wo lang Ja, wird schon passen Halt Nimm mal mit Na klar Höhöhöh Waaah Doot Ei, ei, ei Ei, ei, ei Na Was macht die denn Aus mit der Fackel Ei, ei, ei Waren das alle? Nein Joi, 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 joi Ganz ruhig Mann Nerv So war das gar nicht geplant Höhöh Sporst Das lief jetzt überhaupt nicht gut Hm Nein, der Rider runter Genau Genau Ah Das müssten wir anzünden Meiner Meinung nach Ah Genau Und Komm Jetzt hochkurbeln Noah Halter Ich vergewaltige meine E-Taste So Schon jetzt ins Lager, Lara So Nichts Nichts Dann gehen wir weiter Das frage ich mich auch Ich frage mich allgemein, was ist hier los Da können wir nicht lang So wie es aussieht, können wir nur da unten lang 24. Oktober 1994 Meine Geduld wurde belohnt Endlich habe ich meine eigenen Leute Meine Vollstrecker Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht Mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann Stark, aber willensschwach Der Sturm hat sie gebrochen Geschwächt und verletzlich gemacht Und ich habe sie wieder gestärkt Jetzt dienen sie mir und durch mich Ihr, der Sonnenkönigin Sie zeigt mir den Weg Sie hat mir immer den Weg gezeigt Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe Und ihnen wird es bald genauso gehen Sie ist überall auf dieser Insel Aber Die Bruderschaft der Solari muss wachsen Wir werden so viele wie möglich rekrutieren Ich erlasse Gesetze Einen Kodex, nach dem sie leben Sie bauen für die Sonnenkönigin Während ich Den Schlüssel suche Das nenne ich mal einen geplanten Hinterhalt Alter, da ist noch Muni Ganz dringend mitnehmen Abgestürzte Hubschraube Wie können die so leben Alter Halt, da ist noch Bergungsgut Boah, das ist so ekelhaft Das ist definitiv kein Ort Für eine Frau Nein Huch Ich will gerne mal wissen, was die gegen den haben Was hat der gemacht So, Bergungsgut mitnehmen Und ich glaube, weil da so TNT-Fässer sind Äh Wird es gleich einen Fight geben Der gute alte Fight Ich komme schon Scheiße Huch Alter 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 Sag mal Ich glaube, es hackt Jetzt ist er schon wieder Was Und ich mache Okay, 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 okay. Das geht mir jetzt echt auf die Eier. Also irgendwie das mit dem Nahkampf-Skill kriege ich nicht hin. Alter, übertreib doch. Boah. Diese Motherfuckers-Drecksäcke. Das waren noch nicht alle. Ja, nach da oben kommen wir jetzt. Du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht raus. Ah, verdammt. Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommen sie ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Du bist gut. Okay. Kann ich da... Soll, glaube ich. So. Gut, mal sehen, ob wir da hinfinden. Da gucke ich dann mal in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann mal schauen, was uns noch so erwartet. So, hallo nochmal. Und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klicken auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter. Dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird... Es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online. Und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube. Dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook... Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas. Ja, und halt rechts unten. Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln. Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.